Hallo Leute draußen, hier ist der Einzige im Wanderer mit einem traurigen, wiederkehrenden, aber auch deutlichen Thema. Wir sehen hier wieder an diesem Artikel, den ich euch zeigen werde, wie man uns opfert. Wie man unsere Leben, unsere Gesundheit, unsere Kinder, Töchter und Frauen opfert für die Ideologie, genau wie man es in der C-Krise getan hat. Und leider ist das Thema schon älter als die C-Krise und die Leute wollen es immer noch nicht sehen und tun immer noch nichts. Aber ich werde es trotzdem sagen, weil es richtig ist, diese Dinge anzusprechen und darüber zu berichten, auch wenn es keiner hören will. Ich lege den Finger in die Wunde. Das mal zur Vorrede, warum ich das mache, auch wenn es vielleicht viele sagen, bringt doch eh nichts. Berliner Polizei wollte Gruppenvergewaltigungen vertuschen, sie wollten nicht nur sie haben. Um die Täter zu schützen, Beamte, die über das Schweigen empört waren, starren Taten durch. Das ist reitschuster.de, ihr findet es wahrscheinlich aber auch auf der JF, wenn ich es richtig sehe. Straftaten vor der Öffentlichkeit zu vertuschen, die politisch nicht genehm sind, hat bei der Berliner Polizei Tradition. Ich sage mal Klammer auf, wahrscheinlich nicht nur dort, Klammer zu. Tagelang hat sie etwa im August 2020 die Vergewaltigung einer fünftenjährigen am Flughafensee verschwiegen. Ebenso wie tägliche Angriffe auf Beamte vor Ort. Innerhalb der Polizei herrschte darüber solcher Unmut, dass Beamte von sich aus auf mich zukamen und mich auf das Vertuschen aufmerksam machten. Es gibt immer unzufriedene Systemen, die heimlich aufmucken. Das ist unsere Chance. Doch auch auf Nachfrage schwiegt die Polizei weiter einsam. Ernst, als ich der Behörde klar machte, dass mir interne Polizeidokumente im Wortort bekannt sind, wurde die Verwaltigung bestätigt. Ja, weil nach dem Motto, scheiße, jetzt können wir nicht mehr, sonst wird es richtig peinlich. Dieser dreiste Vertuschungsversuch, der offenbar auch damit zu tun hatte, dass die Tatverdächtigen aus dem Migrantenmilieu stammten, erfolgte noch unter dem rot-grünen Senat. Äh, Entschuldigung, rot-grün-roten Senat, so. Und löste damals bei der CDU Unmut aus. Jetzt regiert die CDU in Berlin und dennoch wird weiter vertuscht wie früher. Da seht ihr mal wieder, es ist völlig egal, wen ihr von den Altparteien wählt. Und wochenlang verschwiegen Polizei und Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt brutale Gruppenvergewaltigung. Und jetzt denkt mal drüber nach. Wir haben zwei statistisch pro Tag. Wie hoch die Dunkelziffer ist, von der wir nichts wissen. Und ob die Zahlen nicht vielleicht viel höher liegen als zwei pro Tag. Und selbst das finde ich schon viel, ehrlich gesagt. Erst jetzt wurde bekannt, dass im Juni unabhängig voneinander in zwei Fällen eine Gruppe von Männern, Männer, junge Männer, ist schon klar, ne? Über insgesamt drei junge Frauen und ein vierteljähriges Mädchen hergefallen sind. Die Polizei hat zwar eine sechsköpfige Sonderkommission eingesetzt, weigert sich aber, Täterbeschreibung zu den Gruppenvergewaltigungen abzugeben. Mhm, ist klar, ne? Keine Frage. Wie die Junge Freiheit schreibt, um Berlins regierender Bürgermeister Karl Wegner, CDU, der noch im Winter als Oppositionsführer die Herausgabe der Vornamen der Silvesterrandalierer verlangte, schweigt. Mein Gott, was für eine Verlogenheit. Was für eine Doppelmoral. Da fehlen mir die Worte. Da bleibt mir die Spucke weg. Wie kackendreist man sein kann. Und wie verlogen. Der Zweckeinsatz auf Erziehung und Vermeidung von Stigmatisierung ausgerichteten Jugendstrafverfahrens werde gefährdet. Will weitere Informationen entteilt werden. Heißt es von einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft Berlin nach Angaben der Welt. All das kannst du ja auch nicht ausdenken, oder? Dass Entschuldigung, wir stigmatisieren möglicherweise Flüchtlinge, weil da ganz viele Leute sind, die andere vielleicht vergewaltigen. Nee, das können wir nicht machen. Dann lassen wir lieber zu, dass ein braunen Meer irgendwie totgemacht werde, vergewaltigt werden und kein schönes Leben mehr haben. Das ist dann wichtiger. Die eigenen sind nicht wichtig. Da haben wir es wieder. Du bist zum Geopfertwerden da als Deutscher. Du bist einfach nichts wert. Hauptsache Multikulti, Hauptsache Zuwanderung etc. Es ist so traurig. Aber du siehst es wieder, wo der Wert deiner Person ist, wenn du Deutscher bist. Nämlich ganz weit unten. Du bist halt der Abschaum. Dich muss man nicht vernünftig schützen. Das ist nicht so wichtig. Möglicherweise übertreibe ich es jetzt ein bisschen, überspitze es hart, aber ich tue es. Und ich finde, dass man das hier auch so sieht. Mit anderen Worten, Täterschutz geht vor Prävention und Information der Öffentlichkeit. Das ist noch relativ nett formuliert, Herr Reitschuster. Danke aber trotzdem für den Artikel. Auch Angaben zur Staatsangehörigkeit in allem möglichen Migrationsverkund lehnt die Polizei und Staatsanwaltschaft ab. Ja, warum denn wohl? Warum denn wohl? Ist doch relativ klar. Denn da haben wir wieder oben. Stigmatisierung. Ja, wann wäre es denn eine Stigmatisierung, wenn es alles Deutsche wären und alle Hans und Klaus hießen? Wahrscheinlich nicht. Also ist es doch klar, die Goldstücke waren es. Da kannst du auch einen drauf lassen, dass es so ist. Also höchstwahrscheinlich 99% würde ich das so sehen. Bezeichnend ist auch, dass alle Verdächtigen schon wieder auf freiem Fuß sind. Gut, wenn du verdächtig bist, bist du nicht zwingend der Täter. Das muss man auch klar sagen. Wenn ich es nicht beweisen kann, Problem, ja. Aber das ist es ja nicht. Es ist grundsätzlich so, dass die Leute frei rumlaufen. Denkt an die Typen, die dem einen auf den Kopf rumgesprungen sind, bis er die Besinnung verloren hat, eine Schädelfraktur nachher. Auch Berlin, Neukölln, habe ich letztens darüber berichtet. Die sind auch gleich wieder frei raus. Vergewaltiger gehen auch gleich wieder frei raus. Es ist normal bei uns. Vergesst das bitte nicht. Es ist normal. Gut. Jetzt kommt aber ein schöner von Ralf Schuster. Ich wiederhole nochmal. Ich mag die spitze Zunge hier. Bezeichnend ist auch, dass alle Verdächtigen schon wieder auf freiem Fuß sind. Wären sie nicht einer Gruppenvergewaltigung verdächtigt, sondern des Ausstellens von Impfnachweisen an Nichtgeimpfte, wären ihre Chancen in Freiheit zu sein wohl nicht ganz so gut gewesen. Danke für die schöne Spitze. Indirekt ist die sofortige Freilassung auch ein Indiz für einen Migrationshintergrund. Tatverdächtige aus diesem Bereich genießen in Deutschland bekanntlich einen kräftigen Bonus bei der Justiz. Konkret wurde in einem Fall im berüchtigten Kriminalitätsschwerpunkt im Görlitzer Park in Kreuzberg eine Frau von mehreren Dealern, die dort in der Regel Migrationshintergrund haben, vor den Augen ihres männlichen Bedeiters vergewaltigt, nachdem die Täter die beiden zuvor ausgeraubt hatten. Alter, das ist so eine krasse Kriminalität. Die verkaufen da fröhliche ihre Drogen und da wird auch noch wer vergewaltigt, nachdem sie ausgeraubt haben. Alter, da geht so viel zusammen und wir lassen das alles zu, diesen Dreck, diesen Filz. Hart gesagt, ja, wenn es da Leute gibt, die sagen, ich will, dass da einer im eisernen Besen durchkehrt, man könnte fast Verständnis dafür haben. Ich werde mich hier vorsichtig dazu äußern, ihr wisst, was ich meine. Ja, also sagen wir es mal in der netten Variante, die ich sagen kann hier, hier müsste mehr Rechtsstaat sein. Ich glaube, das ist nett genug ausgedrückt. Der Drogenhandel im Park wird von der Polizei seit vielen Jahren geduldet, Kritik daran als rassistisch diffamiert. Ja, that's Berlin and I love it. Auch dieser Fall wurde offenbar nur bekannt, weil die Beamte, die über das Schweigen der eigenen Polizei bei dem Pürzen an die Medien durchstachen. Dabei sind solche Taten im Görlitzer Park kein Einzelfall, so die JF. Auf eine Anfrage der Linksfraktion antwortete der Senat erst kürzlich, dass es allein in der ersten Hälfte dieses Jahres schon bereits zu acht Fällen von der Vergewaltigung, sexueller Nötigung und des sexuellen Übergriffs gekommen sei. Also Dauerzustand, könnte man sagen. Denn die normalen Anmachen sind da wahrscheinlich nicht drin. Wahrscheinlich läuft da auch freiwillig keiner mehr lang, der noch alle fünf Sinne beisammen hat oder alle sechs, je nachdem. Fünf davon trugen sich im Juni zu. Der Klimawandel, die Hitze, ne? Außerdem sei es von Januar bis Juni zu 13 weiteren Sexualdelikten und zwei Fällen von sexuellen Misstrauen von Kindern gekommen. Ja. Woran könnte das liegen? Ist es die Kultur? Ist es die Religion? Ist es die Mentalität? Ich sag da zunächst. Bis zu 70 Leute fallen über 14-Jährige her. Ach, diese Überschrift, ne? Der zweite Fall von Gruppenvergewaltigung, den die Behörden verheimlichen wollten, ereignete sich am Schlachtensee in Berlin-Zellendorf, oder Zellendorf, wie die JF berichtet. In der Nacht vom 9. auf den 10. Juni soll es dort zu mehreren Vergewaltigungen, sexuellen Übergriffen und sexuellen Belästigungen von insgesamt drei jungen Frauen gekommen sein. Während einer Feier von 50 bis 70 Leuten sind in Nachweiten mehrere Männer über ein 14-jähriges Mädchen hergefallen. Doch es war offenbar in jener Nacht nicht das einzige Opfer. Insgesamt nahm die Polizei sieben Anzeigen wegen der Übergriffe auf. Insgesamt gäbe es drei der Polizei bekannte Opfer. Auch hier gehe ich davon aus, höchstwahrscheinlich Rudelverhalten mit Migrationsverband. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus, natürlich kann ich es nicht beweisen. Wie auch, wenn einem die Daten und Fakten verschwiegen werden. Deshalb macht man das ja. Das ist aber ein typisches Verhalten, das ist wie bei Tieren, ja? Im Rudel werden die Weibchen genommen, sozusagen die Männchen getötet. Und da wird das Revier übernommen. Das ist ein sehr tierisches Verhalten. Die sind da noch voll drin. Wir haben verlernt, uns so zu verhalten, zivilisatorisch, und können damit unser Revier und unsere Jungen und unsere Weibchen nicht mehr schützen, offensichtlich. Davon abgesehen, dass die Weibchen so verdummt sind, dass sie nur das Beste von anderen denken und Migranten ganz toll finden und sich ständig selber zum Opfer machen in ihrer grotesken Naivität. Das muss ich leider einem Teil der Frauen auch vorwerfen. Nicht allen, aber einem Teil muss ich es vorwerfen. Wie gesagt, die Antwort, die ich schon bekommen habe. Also mir ist noch nie was passiert. Ach so. Und deshalb kümmerst du dich erst darum, wenn dir was passiert ist und wenn es dann zu spät ist. Also mit dieser Naivität, ich sage wieder flachen Denken, und ich meine das überhaupt nicht böse gegen die Leute, mit dieser Naivität geschlagen zu sein, kann das Leben kosten. Na gut. Okay. Insgesamt nahm die Polizei sieben Anzeigen wegen der Übergriffe auf. Insgesamt gäbe es drei der Polizei bekannte Opfer. Die Versuche der Polizei, solche Taten zu verheimlichen, sind Gift für die Demokratie. Sie führen genau zu dem, was die Regierung ihren Kritikern in den Schuh schieben will, zu einem massiven Vertrauensverlust in den Staat. Ebenso absurd und fängstvoll ist das Verschweigen eines möglichen Migrationshintergrundes. Ohne Benennung der Probleme können wir diese nicht erkennen und auch nicht bekämpfen. Begründet wird das Verschweigen stets damit, dass man keine Ressentiments gegen Ausländer schüren wolle. Damit wird offensichtlich, dass die verantwortlichen Behörden und Politik die Menschen für dumm halten. Sie sind aber sehr wohl in der Lage zu unterscheiden zwischen Migranten, die sich anpassen, an die Regeln halten und einer geregelten Arbeit nachgehen oder zumindest eine solche suchen und solchen, die sich eben nicht an die Regeln halten. Gerade meine zahlreichen Freunde mit Migrationshintergrund erpören sich am meisten über solche Migranten, die das Gesetz brechen. Ja. Ganz, ganz, ganz krass. Ich sage es nochmal in aller Deutlichkeit. Man verschweigt uns den Migrationshintergrund und die Taten, weil man keinen Schmutz auf dem schönen Bild und der tollen Ideologie von Multikulti und vom Austausch der Bevölkerung und vom Schwinden des weißen Anteils der Bevölkerung zeigen möchte. Das ist der Grund. Dafür ist man bereit, alles zu opfern. Das eigene Volk ganz vorne weg. Und wir machen es mit und tun so, als wäre das nicht so. Und wie oft habe ich schon darüber berichtet? Ich werde es immer wieder tun, solange bis vielleicht irgendwann irgendwer mal was ändert in diesem Land und ein paar Leute vielleicht aufwachen. Und solange werde ich das, solange ich kann immer wieder tun und den Finger in die Wunde stecken. Und auch, wenn es vielleicht morgen nichts bringt und übermorgen und nicht nächste Woche und auch nicht nächsten Monat. Aber vielleicht irgendwann. Bleibt mir gewogen. Das war es von mir heute. Kommt bitte auf den einsamen Wanderer. Das ist der YouTube-Kanal. Kommt bitte auf den Wandernden Wolf. Das ist der Zweitkanal. Wandernder Wolf. Ganz wichtig. Dann bitte LoneWanderer auf Getter. Auf Twitter einsamerwanderer4 und einsamerwanderer2019 auf Instagram und einsamerwanderer auf TikTok. Bitte pusht mich. Daumen hoch. Bitte teilen, liken, kommentieren. Ich sehe euch morgen demnächst, wahrscheinlich abends, wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.